Herzlich Willkommen bei der Immobörse. Das Team um Geschäftsinhaber Alois Cordes berät seit Jahren seine Kundschaft erfolgreich in allen Fragen rund um die Immobilie. Im Mittelpunkt stehen dabei die Vermittlung von Immobilien, die Objekterstellung, die Baulanderschließung und die Baufinanzierung. Der Objektbestand der Immobörse umfasst dabei stets ungefähr 600 Objekte, sodass auch für Sie die passende Immobilie dabei ist. Durch unsere Büros in Friseute und Oldenburg sowie diverse Schaufenster und Schaukästen sind wir für Sie vor Ort präsent. Unsere Finanzierungskonzepte verhelfen Ihnen zu dem Traum vom Eigenheim. Denn wenn es um die eigenen vier Wände geht, ist die Immobörse Ihr richtiger Partner.